Hallo mein Lieben, er ist Christian Schemeyer, Psychologe, Paartherapeut und so weiter und dies ist mein Videoblog rund um die Themen der Dembeziehung und Liebe. Ja, hoffe euch geht's einigermaßen in dieser verrückten Weihnachtszeit. Meine Hilfe findet ihr auf libysche.de, auch Sessions, vor allem Kurse und heute haben wir mal wieder eine schöne Mail, genau. So, ich muss hier gerade mal noch ein bisschen rumstellen. So, kannst du auch über ein Formular auf libysche.de stellen, solche Fragen, also kann ich mal nicht alle beantworten, also nur einen Teil beantworten, aber kann sonst auch da sicher Antwort buchen und so weiter. Gut, lieber Christian, im vergangenen Spätsommer habe ich mich nach drei Jahren von meinem Partner getrennt, mit dem ich eine sehr schöne und harmonische Beziehung geführt habe, bei der es allerdings Probleme mit der Polarität und deshalb mit der Sexualität gab. Ich habe recht bald wieder jemanden kennengelernt, bei dem genau das Gegenteil der Fall war und es entwickelte sich eine lockere Geschichte. Natürlich habe ich Gefühle entwickelt, aber dass daraus mehr werden könnte, hatte ich mir nicht wirklich auf dem Schirm. Naja, aus Sex entstehen Gefühle, ne, so ist das. Ähm, für ihn war klar, entweder wir lernen uns kennen und schauen, wo das hinführt, oder wir beenden das Ganze. Also, äh, ich höre jetzt mal so raus, dass er mehr wollte jetzt von dir. Ist doch gut. Da ich ihn sehr mag, ließ ich mich drauf ein. Nun meine Frage, wie kann ich aus dieser Sache wieder einen Gang herausnehmen, um realistisch beurteilen zu können, ob wir zusammenpassen? Die ersten Wochen waren von extrem guten, intensiven Sex geprägt, good for you, der natürlich auch Bindung herstellt. Wie kommen wir vom leidenschaftlichen an fairen Modus in den Dating-Modus? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das Problem hier nicht so richtig, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich meine, jede Beziehung fängt mit einer Affäre an. Vielleicht dauert ihr dann nur, äh, ein Date oder so, keine Ahnung, die Affäre und dann ist man fest zusammen. Aber es treffen sich ja nicht zwei Leute und sagen, so ab jetzt sind wir zusammen. Also irgendwas passiert und, äh, irgendwann landet man in der Kiste und, äh, ja, irgendwann in diesem Zeitraum ist man halt zusammen. Also insofern ist das jetzt nicht ungewöhnlich, dass vor einer Beziehung irgendwie so eine gewisse Zeit Affäre war, so, ne? Wie lang das geht, ist eine andere Frage. Müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht erörtern. Und dass es natürlich ganz viele Affären gibt, die zu nichts führen, müssen wir auch nicht erörtern, aber diese führt ja zu was, ne? Also, und, äh, mal ganz ehrlich, ähm, also, ich, du hast mir jetzt keine Red Flags erzählt. Ähm, ich würde sagen, genieß es, ne? Weil, weil so, äh, die, die Wildheit der Anfangszeit ist auch ein bisschen das Level, was man so SEX-mäßig, äh, später in der Beziehung erreichen kann, so, ne? Ähm, also klar kann das noch intimer werden und so, aber dieses Feuerwerk, sag ich mal, wenn am Anfang kein Feuerwerk ist, äh, wird es dann später auch nicht kommen, sehr wahrscheinlich. Und von daher ist doch eine Bombe Sache, ne? Und wenn er sonst keine Red Flags hat, wäre es ein fucking Problem, ne? Ähm, klar würde ich ein paar Linien einziehen, würde ich sagen, okay, was meinst du denn jetzt genau damit? Sind wir jetzt Boyfriend, Girlfriend? Äh, haben wir hier eine Exklusivität? Kann ich mich auf dich verlassen? Äh, nicht, dass Worte viel nutzen würden heutzutage, aber diese Worte sollte man natürlich mitnehmen. Äh, und, ja, also, hört sich jetzt für mich nicht, ich kann da jetzt nichts feststellen, äh, denke, Love Bombing können wir auch ausschließen, weil er ja erst nach so einer Zeit jetzt sagt, auch findet er ganz geil alles. Und manchmal, äh, sucht man ja auch irgendwas, wo, wo nichts ist irgendwie. Und wir wollen ja die Sachen auch noch genießen, ne? Insofern könnt ihr mir ja gerne helfen, in den Kommentaren, ob ich da aus Ihrer Sicht irgendwas falsch verstanden habe. Aber ansonsten, go for it. Und, ähm, sonst kannst du dir auch deine Angst vor Intensität angucken, ne? Das will ich auch nochmal spannend finden. Aber das jetzt so ausbremsen, wenn es gerade gut ist, das könnte so ein bisschen bindungsängstig rüberkommen, sag ich mal, ne? Ähm, falls du das gemeint hast, dann wäre natürlich so, würde ich mal Modul 4 reingucken. Aber, ähm, ja, warum irgendwas bremsen, was irgendwie total befriedigend ist, ne? Keine Ahnung. In diesem Sinne, schöne Weihnachtszeit, weiter, ciao. 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 Ciao.